Hab gehört, XRP wird eine neue Weltwährung, ja. Ich hab gehört, dass XRP bald von den Borgs und von den Stormtroopern als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Und der Sith Lord bei Star Wars, der ist auch ganz heiß drauf. Leute, Leute, hört bitte auf damit. Ich bin sehr überzeugt von XRP. Ich bin überzeugt von der XRP Ledger. Ich bin überzeugt davon, dass das eine Bombentechnologie ist. Aber solange man mir nicht irgendwelche Fakten liefert oder irgendein Unternehmen, die offiziell bestätigen, ja, wir decken XRP mit Gold oder wir bauen einen Stablecoin auf der XRP Ledger auf und decken das mit Gold, okay, kann sein, kann passieren. Aber diese ganze, ich weiß, Leute, ich hab keine Ahnung, wo die Leute an diese Informationen kommen, ehrlich. Keine Ahnung. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen.